Mein Name ist Ute Weber. Ich darf Ihnen allen ein herzliches Dankeschön vom Hörkalender-Team ausrichten. Wir haben uns über die vielen positiven Rückmeldungen zum ersten Rhöner Hörkalender sehr gefreut. Die Beiträge können auf der Seite der Hochschule Fulda und auf Spotify weiterhin angehört werden. Voller Zuversicht planen wir nun den Hörkalender 2023. Wir freuen uns, wenn Sie im kommenden Advent wieder unsere Türchen öffnen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Der Hörkalender ist ein Projekt vom Verein Miteinander-Füreinander Oberes Fuldatal, der Mundartgruppen Gersfeld und Weyers sowie dem Projekt RINCA der Hochschule Fulda. Wir danken der Sparkasse Fulda für die freundliche Unterstützung. Informationen zu uns und unseren Quellen gibt es unter www.hs-fulda.de slash Hörkalender 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 Hörkalender